Gönnen die Fans Evi Sachenbacher Stehle, 38, ihren Backsieg? Die Schielangläuferin konnte am Mittwochabend im großen Finale von das große Pummi Backen den Sieg ergattern. Damit konnte sie nicht nur Sarah Lombardi, 26, vom Thron stoßen, sondern setzte sich auch gegen ihre Konkurrentin Jasmin Wagner, 38, durch. Aber war diese Juryentscheidung fair? Oder hätte doch lieber Jasmin den goldenen Muffin bekommen sollen? Die Promiflash-Leser sind sich einig, Evi hat zu Recht gewonnen, bei einer Umfrage waren sich eindeutige 78,6% Stand, 21. März 2019 der Leser sicher, dass die Profisportlerin die verdiente Siegerin ist. Mit ihrer Topsy-Tour wie Torte in Baum-Object konnte Evi also nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum begeistern. Mit Finalistin Jasmin bekam hingegen nur 400 der insgesamt 1873 Stimmen. Also nur 21,4% Stand, 21. März 2019 der Leser hätten ihr den Sieg gegönnt. Das große Pummi Backen ist allerdings nicht die erste TV-Show, die Evi in den vergangenen Monaten als Gewinn ihren verlassen hat. Schon im Dezember 2018 konnte sie sich bei dem Winterspecial von Ewige Helden gegen sieben Konkurrenten durchsetzen. Winterspecial Untertitelung Ne限